so gefecht läuft morgen aber durchhalten bis zum ende dann bist du was kommt das ich sag dir, das ist auf jeden Fall heftig, das Ding ok die Schlacht beginnt gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet die Schlacht die Schlacht Wie heißt du denn auf YouTube, Christian? Moment, ich balle Alvarez. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versinkt. Wir haben einen schönen Zerstörer. ich kann meinen namen jetzt selbst nicht sehen versucht man unter meinem normalen christian schon klein geschrieben problem gelöst nichts in der zwischenzeit in der küche in der zwischenzeit in der küche Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Oh, fuck yo.